Das ist also, das ist dieses, das muss ich nochmal gucken, Moment, nochmal fertig, das habe ich, 1523, aus dem Jahr 1523. Entschuldigen, die überraschend einbruchende Sondersitzung des Deutschen Bundestages macht die Anwesenheit des Bundesaußenministers. In dem Krieg wurden in Georgien Bücher entdeckt, darunter auch Raritäten und es war der Wünsche des georgischen Volkes, seines Präsidenten Eduard Schewanade, diese Bücher an Deutschland zurückzugeben. Es waren die wunderbarsten Worte, dass ich... Die jetzt heimkehrenden Bücher sind kostbares deutsches Kulturgut. Wir freuen uns, dass Sie jetzt wieder in Ihre Heimatbibliotheken zurückkommen können. Bremen, Hamburg, Leipzig, Lübeck, Magdeburg, Berlin und andere Orte. Danke. Danke. Durch die Verlagerung, die sind endlich die Verlagerung. Da Sie 50 Jahre nicht in Deutschland waren und sind relativ gut erhalten geblieben. Weder durch Feuchtigkeitseinfluss oder dergleichen haben Sie also nicht groß gelitten. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.